Hi Leute, willkommen bei Bestes Produkt. Heute schauen wir uns die besten Spülmaschine-Test an. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Recherche und Meinung zusammengestellt und versucht, die Produkte nach Preis, Qualität, Widerstandsfähigkeit und mehr zu sortieren. Für weitere Infos über die aktuellen Preise der Produkte kannst du dir die Links in der Beschreibung unter dem Video ansehen. Also, legen wir los mit der Liste. Das fünfte Produkt auf der Liste ist der Beko DFN 264 W. Der freistehende Geschirrspüler Beko DFN 264 W mit Quick & Clean Programm ist eine gute Wahl für den täglichen Gebrauch. Mit seinen sechs Standardprogrammen sorgt der DFN 264 W dafür, dass ihr Geschirr im Handarmdrehen gründlich gereinigt und getrocknet ist. Dieses Modell verfügt über einen einzigartigen Energiesparmodus, der sowohl die Temperatur als auch die Trocknungszeit anpasst, damit sie bei ihrer Stromrechnung Geld sparen können. Der Wasserverbrauch dieses Geschirrspülers wurde durch den Einsatz innovativer Technologie um 30% gesenkt, sodass sie ein umweltfreundliches Gerät erhalten, das ihnen auch noch Geld spart. Der freistehende Geschirrspüler DFN 264 W von Beko mit Quick & Clean Programm ist eine gute Wahl für den täglichen Gebrauch. Mit seinen sechs Standardprogrammen sorgt der DFN 264 W dafür, dass ihr Geschirr in kürzester Zeit gründlich gereinigt und getrocknet wird. Als nächstes auf Platz 4 kommt der Klarsten Amazonia 6. Der Amazonia 6 Geschirrspüler von Klarsten ist perfekt für kleine Haushalte mit wenig Geschirr oder Küchenutensilien. Der freistehende Geschirrspüler hat ein Fassungsvermögen von 6 Maßgedecken und ist mit 6 Programmen für unterschiedliche Verschmutzungsgrade und Geschirrarten bestens gerüstet. Die aufgeräumte Armatur des Klarsteingeschirrspülers mit Symbolanzeige und 3 Tasten macht es leicht, das gewünschte Programm schnell und einfach einzustellen. Die Installation ist dank der vormontierten Zu- und Ablaufschläuche besonders einfach. Maximalen Komfort bietet der Geschirrspüler auch mit seinem Aquastop-System, das garantiert, dass der Geschirrspüler im Falle eines Wasserbruchs nicht ausläuft. Zudem verhindert die Kindersicherung ein versehentliches Starten des Geschirrspülers. Der Geschirrspüler Amazonia 6 von Klarsten ist perfekt für kleine Haushalte, die beim Spülen Zeit und Energie sparen wollen. Bestellen Sie den Geschirrspüler jetzt und genießen Sie sauberes Geschirr, ohne sich zu quälen. Geschirrspüler sind ein Geschenk des Himmels für alle, die es hassen, Geschirr von Hand abzuwaschen. Das dritte Produkt auf der Liste ist der Gornier GS 62040S. Der Geschirrspüler Gornier GS 62040S ist ein freistehendes Modell, das bis zu 13 Gedecke aufnehmen kann. Er verfügt über eine 3-in-1-Funktion, den Super-Silent-Modus und einen Überliftschütz. Er verfügt über zwei Geschirrkörbe und vier Sprühstufen. Zu den fünf Programmen gehören ein Schnellprogramm, ein Intensivprogramm, ein ECO-Sparprogramm, Vorspülen, Einweichen und tägliches Waschen. Dieses Gerät hat einen geschätzten Jahresverbruch von 3080 Litern für einen Vier-Personen-Haushalt. Es misst 60 x 4 und 80,5 x 7 und 60,5 cm. Der Geschirrspüler GS 62040S von Gornier ist eine gute Wahl für alle, die nach einem freistehenden Modell suchen. Er hat ein Fassungsvermögen von 13 Gedecken und verfügt über einige praktische Funktionen, wie den Super-Silent-Modus und den Überliftschütz. Außerdem stehen fünf Programme zur Auswahl, darunter ein Schnellprogramm und ein ECO-Sparprogramm. Das Gerät hat einen geschätzten Jahresverbruch von 3080 Litern und ist damit auch für größere Haushalte geeignet. Schließlich misst er 60 x 4 und 80,5 x 7 und 60,5 cm, sodass Sie vor dem Kauf sicherstellen sollten, dass Sie genügend Platz haben. Das zweite Produkt auf unserer Liste ist der Nefes 255 HAX 29 EN 50 XXL. Der Nefes 255 HAX 29 EN 50 XXL Geschirrspüler voll integrierbar ist das perfekte Gerät für alle, die gerne alles im Griff haben. Dank der erhöhten Temperatur und des erhöhten Wasserdrucks sind selbst hartnäckige angetrocknete Speisereste kein Problem für diesen Geschirrspüler. Mit der Timelight-Funktion sehen Sie auf einem Blick, wie viel Zeit bis zum nächsten Spülgang verbleibt, sehr praktisch. Mit der integrierten Smartphone-App können Sie Ihren Geschirrspüler von überall aus starten oder stoppen. Außerdem können Sie den Status des Gerätes überwachen und den Fortschritt des aktuellen Programms. Der Nefes 255 HAX 29 EN 50 XXL Geschirrspüler voll integrierbar 60 CM Home Connect ist das perfekte Gerät für alle, die gerne alles im Griff haben. Dank erhöhter Temperatur und erhöhtem Wasserdruck sind selbst hartnäckige angetrocknete Speisereste für diesen Geschirrspüler kein Problem. Mit der Timelight-Funktion sehen Sie auf einem Blick, wie viel Zeit bis zum nächsten Spülgang bleibt, sehr praktisch. Und schließlich, die Nummer 1 auf unserer Liste, der Bosch SMS 6 ECW W57 E Serie 6, der Bosch SMS 6 ECW 57 E Serie 6 Smart Tischwasher freistehend, 60 CM Breit, Besteck ist ein intelligenter Geschirrspüler, der selbstständig arbeitet. Das Gerät passt sich an Ihre Bedürfnisse an und sorgt dafür, dass alle Speisen perfekt gereinigt werden. Er verfügt über einen Trockenmodus für optimale Trocknungsergebnisse und eine Extra-Reinigungszone für besonders verschmutztes Geschirr im Oberkorb. Der Bosch SMS 6 ECW 57 E Serie 6 Smart Tischwasher freistehend, 60 CM Breit, Besteck ist in schwarzem Edelstahl oder weißem Edelstahl erhältlich und kann an die Stromversorgung angeschlossen werden, nennt die Wasserversorgung. Dieser Geschirrspüler ist sehr leise und effizient. Das Geschirr kommt jedes Mal sauber und trocken heraus. Ich würde diesen Geschirrspüler auf jeden Fall jedem empfehlen, der einen hochwertigen, zuverlässigen Geschirrspüler sucht. Der Bosch SMS 6 ECW 57 E Serie 6 Smart Tischwasher freistehend, 60 CM Breit, Besteck ist ein großartiger Geschirrspüler. Er ist leise und effizient und das Geschirr kommt jedes Mal sauber und trocken heraus. Danke fürs Ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch den Daumen nach oben. Und wenn du neu auf unserem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Updates verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.